Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin gespannt, was es ist Wir werden es sehen Er hat mal wieder tief in die Trickkiste gegriffen Ach du Scheiße, was ist das denn? Also ich bin echt froh, dass wir das hier weg haben, weil das hier Oh mein Gott Das ist echt Nee, nee, das sieht nicht gut aus Nein, wirklich nicht Was kann ich für euch tun? Oh, nur ne Hose Lol, sie ist sogar noch besser Okay Wie sieht die jetzt aus? Von wem ist es besonders? So langs schmeckt Jagdauftrag Kann ich nur eines gebrauchen? Ich sollte aber erstmal verkaufen WB Hybrid Wie viel ist eigentlich in der Bank? Uh Uh, okay Na gut, in der Bank sind aber nur Sachen, die ich brauche So Da packe ich auch gleich mal Uh Da packe ich auch gleich mal die Zwiebeln rein Warte mal Doch da 273 Zwiebeln Ich glaube, ich habe erstmal genug Okay Ach, jetzt sind hier wieder diese Fehler Goldschmiedekunst Ja, das dauert immer so ein bisschen, bis ich hier Wöffenschmiede Ich werde, glaube ich, irgendwann mal einfach so ein Handwerksschmied machen Äh Normale Felle Die schicke ich gleich weiter Silbererz Opal brauche ich Blutsteine Das sind, glaube ich, die Himbeeren Schallensalz Gelehrten brauche ich nicht Drechselerkunst brauche ich auch nicht Schneiderkunst brauche ich auch nicht Okay Die normalen Fälle Brauche ich nicht Verkaufen, aber den Rest Achso Geht der wieder hier rüber Nein, die will ich nicht verkaufen Aber das hier kann nicht alles Verkaufen Den Quatsch Freu nicht Was für ein schrecklicher Tag 300 von Äh, 310 566 Mach ich mal das hier Oh weh mir Eckstein Eckstein Ja, das sind sich besser, ne? Okay Ja gut Ja gut, den Jagdauftrag brauche ich nicht nochmal Ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt Das Das Ich muss das schon mal ein bisschen Hm Könnt ihr mich denn nicht meinem Elend überlassen? Könnt ihr mich denn nicht meinem Elend überlassen? Könnt ihr mich denn nicht meinem Elend überlassen? Tada Stufe 27 Sehr schön Wir sind meinem Ziel für heute schon etwas näher Äh Juuu Danke, Mapa Ficksal Ne, da bleib ich dabei Es ist mir egal, ob die Gegenstandsstufe höher ist, aber Nope Nippe di nö Einfach nur Nein Ich grüße euch Ähm Nehm ich einfach irgendwas und verkaufe ich es dann wieder Äh, warte Oh Katzenpfötchen Oh Oh juhi Und wie viele Versuche hast du gebraucht? Benötigt ihr etwas? Ach, das ist Instanzfinder Ja, das kann ich ja nicht machen Beziehungsweise können schon, aber Ich schaffe das nicht alleine Es tut mir leid Benötigt ihr etwas? Da brauche ich Gruppe Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehen? Jupp Tust du sowieso schon Auch wenn es sicher keinen Zweck hat Dürfte ich mit euch sprechen? Den Jagdauftrag nehme ich nicht nochmal an Wenn mir reicht Das reicht einmal Brauch ich nicht 30.000 Mal machen Mein Handy ist auch eigentlich aufgeladen Sehr schön Das ist eine gute Nonne Erstens der lag bei mir auf dem Schreibtisch heute Nacht Den wir sie vom großen erwischen Der hat vier Fröck dabei Also von Salem habe ich ja auch ein Ein Pfotenbild geschafft Fehlen mir nur noch die Die anderen zwei Beim Hund ist es ganz einfach Beim Hund ist das Easy peasy Hier liegt es ständig so Dass man die Pfote fotografieren kann Aber bei den Katzen? Ah Das ist immer so eine Sache für sich So Bingo Boffen lassen wir drin Ach ne Herberge geht ja nicht Polierter Anhänger Das ist dann Sowieso da oben in der Ecke Sehr gut Kommen wir neben Echi Wie ich So Jetzt verkaufe ich nochmal die Sachen Die ich hier nicht brauche Das eine lasse ich mal Achso Briefkasten Äh Warte mal Nee Und dann Wo habe ich sie dann hier So Bin ich um meine Befehle wieder los Ich will das mal nur fünf Aufträge anzeigen lassen können Dass er auch auf die Karte Sie auf der Karte zeigt Ja Ja Das ist etwas dämlich Aber ich komme trotzdem irgendwie Irgendwie funktioniert es Gibt wieder Fälle Gerne Ich brauche sie halt nicht Ne Und bevor ich sie dann Verkaufe Was meistens sowieso nicht so viel bringt Gebe ich sie lieber dir Also ich habe es mir jetzt angewöhnt Also ich habe es mir jetzt angewöhnt Dass ich sobald ich Also zum Beispiel sobald ich jetzt hier Die Quests quasi beendet habe Dass ich dann halt kurz einmal auslogge Also die Dinge auslogge Und dann wieder einlogge Die Die noch nicht fertig sind Das habe ich mir jetzt so für mich selber angewöhnt Bei mir ist das auch so oft passiert Und ich habe mich dann jedes Mal geärgert Und dachte so Ey Ist das euer Scheiß Ernst Muss jetzt wieder zurückrennen Deswegen Habe ich mir das jetzt mal so angewöhnt Ach Den wirst du so nicht besiegen Ha Okay Das ist easy So Dann gleichzeitig Bezwingertat einmal anmachen Das mache ich einmal an Das mache ich einmal an Bezwingertat einmal an Und das mache ich einmal an Bin ich genug gebufft Ich glaube ich alles muss ich brauchen Zu vage 11 von 50 Na irgendwie wird immer nachts sehen Welche Aufträge ich anzeigen lasse Ja stimmt So kann man es auch machen Ähm Keine Fall Wenn man sich nicht sicher ist Ob man alles in der Entgebung hat Kann man auch auf die Minimap Rechtsklick Und sich Christian in der Nähe anzeigen lassen Stimmt Warte Äh Stimmt Aufkommen in der Nähe Wäre das dann Stimmt Das würde auch gehen Das vergesse ich tatsächlich immer Aber danke Kaltwohl Danke für den Tipp Und natürlich auch Herzlich Willkommen hier Ich versuche es mir auch mal zu merken Aber bis jetzt Bisher geht's Bisher Bin ich nicht mehr An irgendwas vorbeigerannt Schlimm ist es immer nur Das Buch der Taten Da werde ich durchgehen An irgendwas vorbei Wie jetzt neulich Wo ich diese Ruin Im Drehland glaube ich Abgesucht habe Kommen hier Mein kleiner Bauer Kuck 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 Genug ausgegeben Ich möchte meine Stufe 28 Heute erreichen das macht mir etwas realistischer glaubt man essen kommt ich höre es ein bisschen frisch das gerade rausgehen könnte sein dass mein erstes auf dem weg ist tat vollständig bilbesbezwingerin müssen die nächste bei 120 liegen oh gott wie geil ich habe den besten mona welt alter du bist zu groß für das ding und du sagst das ist nichts besonderes voll lecker heiß lecker steht dir obacht ich bin ein kleines süßes hopp häschen oh mein gott ja ja hilfe einfach nur hilfe so musst du morgen deinen vortrag halten ja stimmt danke mein schatt ja sicher schmeckt super lecker gut ich bin groß ja voll geil vor allem die zwiebeln da drauf oh mein gott oh ich werde angegriffen ich habe sogar ein kleines buschischwänzchen oh mein gott guck gott Gott sei Dank sind wir ab 18 wieso ich habe ein kleines buschischwändchen nie Nein, Papa, möchtest du nicht? Das möchtest du nicht sehen. Ja, guten Hunger. Danke, mein Schatz. Wie lange machst du noch? Bis ich jetzt weg. Okay, schreibst du mir? Mach. Oder soll ich zwischendurch nochmal hochkommen? Nee, ich schreibe dir. Okay. Hast du uns mal wieder die Ostereier gezeigt? Ja. Hat er. Mächtige Eier. Mächtige Eier, sagt er gerade. Das kommt nicht von mir. Danke, mein Schatz. Danke. Ich weiß nicht, ob der nochmal wieder zurückkommt. Ich habe Angst, wenn ich jetzt was esse, dass er mich erschreckt. Nein. Niemals einfach. Wie kommst du denn darauf? Nein, bitte nein. Nein. Ich habe nichts mehr zu. Das nimmt schon wieder ganz seltsame Formen an hier. Der soll doch mal einer sagen, ich bin komisch. Aber die Pizza ist echt lecker. Nur schnell zu essen. Du bist ein Traum, denn der wird wahr. Jeder den Weg stellt dich der Gefahr. Alles was wichtig ist. Erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, keine Nacht. Wir sterben, du bist bereit. Komm und nicht bald, ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Sei bereit. Ich liebe das Lied. Jetzt fühlen wir zwar 18, aber wir müssen auch nicht alles wissen. Ey. Ihr habt angefangen. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich sitze hier einfach nur. Ich sitze hier einfach nur. Ich habe nichts gemacht. Ach ja. Und das alles ohne einen Tropfen Alkohol. Ich habe das wirklich zu tun. Ich habe das wirklich zu tun. Ich habe es dir nicht mehr als auch das. Das ist es ganz ganz schön wichtig. Ich habe es nicht mehr als auch. Ich habe es gerade versucht, das zu uns auch. Ist das so, ja? Das erklärt die Sachen mit den Hasenohren. Das erklärt dir so einiges. Die hatte ich da vorgestellt. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Man mag mich bitte retten. Ich bin eingewurzelt. Diese Pizza ist echt lecker. Ich bin da raus. Ich bin da raus. Ich bin da raus. Ich bin da raus. Hybrid. Ich bin da raus. 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 Und da raus. Ich bin 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 da raus. Untertitelung. BR 2018 Jetzt sind wir erst mal direkt im Ock-Lager gelandet. Auch nett. Der Kämpfer der weißen Hand. Uh, aber Kräberlin sind ja auch direkt in der Nähe. Sehr gut. Der Kämpfer der weißen Hand. Juhu, wir haben Zerkisten. Aber auf der einen Seite ist das gut, auf der anderen Seite ist das nicht so gut. Machen wir das einmal so. Das hier. Ah, okay, das Bett kann ich... Bettdings sehen. Das habe ich nämlich schon. Das Bett brauche ich nicht nochmal. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Ja, Fußball lebt vor der Allgemeinen nicht so toll. Bei Fußball bin ich auch größtenteils raus. Wille. Wille ist halt schon gut, ne? Oh, eigentlich kann ich schon mal wieder eintauschen. Ach, auch beides doppelt. Naja, auf der anderen Seite gut, kann ich sein eintauschen. Können wir nochmal von der Pizza abeißen? Ja, wenn es das Hybrid, Hybrid konnte ja feiern. Der, der hatte Glück. Kann ja nicht jeder Verein verlieren. Ich weiß gar nicht, bei Fußball bin ich ja echt gut raus. Im Stadion gucke ich es mir gerne an. Wieso sonst? Äh, ja. Yep, warte. Äh, dann hat sich die Einstellung schon wieder verschoben an der Kämpfe. Ja gut. So, reagiert auch mal wieder nicht. Ja, jetzt müsste es wieder gehen. Hat sich die Einstellung wieder verschoben. Bin ich mal wieder auf den Shortcut gekommen. Weil jedes Mal, wenn ich auf... Ich glaube, es ist F2. F2 oder F3 komme. Kommt dieses... Kommt dieser Modus da wieder rein. Ich hasse ihn. Aber danke, dass es dir aufgefallen ist, Papa. Hätte ich jetzt schon wieder gar nicht gesehen. Weil wenn ich diese Einstellung Shortcut drücke, dann fokussiert er anders. Liegt er Fokus auf irgendwas, aber nicht das, was er fokussieren soll. Ist er hier fertig? Ich glaube. Wir haben bald die nächste Beziehung ertat. Nee, dich brauche ich nicht. KOLF-STRO Bis zum nächsten Mal.